Einen wunderschönen guten Abend und keine Sorge, Sie sind hier richtig. Herzlich willkommen zur letzten Ziehung aus dem alten Lotto-Studio live aus Saarbrücken. Ja, ich weiß, es sieht ein wenig nackig aus, unser Lotto-Studio. Die alte Kulisse, die muss nämlich raus, die neue Kulisse rein. Denn ab Samstag begrüßen wir Sie in einem komplett neuen Studio. Und darauf dürfen Sie sich heute schon mal freuen. Heute machen wir also quasi eine kleine Baustellenparty. Ziehungsmaschinen und die Kugeln wurden natürlich auch heute wie immer zuverlässig kontrolliert und sind einsatzbereit. Und deshalb legen wir auch direkt los. Feuer frei. Über 400 Ziehungen haben wir in den letzten vier Jahren mit unserem Lotto-Ziehungsteam hier in diesem Studio ordnungsgemäß durchgeführt. Dabei durften wir einige unter Ihnen zu Millionären machen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um das heutige Lotto-Glück. Kugel Nummer 1 ist im Anmarsch. Und die erste Lotto-Zahl lautet 38. Da merken Sie mal, was so ein bisschen Dekoration hier ausmacht. Ein paar Kameras und Monitore, die machen noch lange kein richtiges Sendestudio. Und Kugel Nummer 2 ist bereits auf dem Weg zu uns. Und es ist die 41. Wir sind hier zwar mit einem Umbau, was jedoch ganz sicher bleibt. Das sind natürlich unsere beiden Ziehungsmaschinen. Die brauchen wir, die bleiben und die werden auch heute hoffentlich die richtigen Zahlen für Sie ziehen. Fünf Millionen liegen im Pot und Kugel Nummer 3 kommt und es ist die 29. Letzten Samstag konnte unser Jackpot nicht leergeräumt werden. Mit Gewinn Klasse 2 konnten wir allerdings über 800.000 Euro jeweils nach Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern schicken. Und die vierte Zahl fällt und heute ist es die 42. Beispiel 77 gingen genau 777.777 Euro nach Nordrhein-Westfalen. Und unsere Super 6 hat insgesamt fünf Tipper mit je 100.000 Euro glücklich gemacht. Und die vorletzte Kugel ist im Anmarsch. Und es ist die 17. Und jetzt drücke ich Ihnen zu Hause noch einmal ganz fest die Daumen. Zwei Zahlen sind noch offen. Kugel Nummer 6 aus 49 und natürlich die Superzahl. Und die ziehen wir gleich im Anschluss. Erstmal kommt unsere Kugel Nummer 6. Und es ist die 13. Und da sind sie, unsere heutigen 6. Und direkt im Anschluss folgt natürlich die Superzahl für Sie in unserer kleinen Lotto-Baustelle. Bitteschön. Tja, die kleine Lotto-Baustelle. Ich muss gestehen, ich selbst bin auch noch nicht so wirklich im Bilde, wie das Studio am Samstag aussehen wird. Das Ziehungs- und Umbau-Team macht nämlich schon ein kleines Geheimnis daraus. Ich bin also ähnlich gespannt wie Sie. Und unsere Superzahl heute ist die 4. Und jetzt schauen wir uns noch einmal alle Ergebnisse an. Und zwar 13, 17, 29, 38, 41, 42. Und die Superzahl lautet heute 4. Bereits im Vorfeld haben wir die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien für Sie ermittelt. Und die schauen wir uns jetzt an. Spiel 77, 4, 6, 2, 7, 8, 1, 0. Und die Super 6 lautet 9, 7, 4, 5, 5, 1. Alle Gewinnzahlen von heute gibt es auf lotto.de für Sie zum Nachlesen. Und wenn hier gleich die Studiolichter ausgehen, dann beginnt das große Rumräumen. Kabel werden gezogen, die Studiokulisse verbaut und die Kamera ist wieder neu positioniert. Denn am kommenden Samstag erwartet Sie Chris Fleischauer im niegelnagelneuen Studioset zu einer neuen Runde Lotto-Glück. Das kommt auch weiterhin aus Saarbrücken und startet wie gewohnt um 19.25 live für Sie auf lotto.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.